Wenn man sagt, ja, das macht mir keinen Spaß in dem kleinen Kontext von einem Arbeitsprozess, dass dann eben, wie du sagst, die Angst oft ist, ja, aber, oder halt quasi von der Führungskraft dann oft vielleicht die Annahme ist, dass, ja, aber dann, aber das ist ja dein Job, das ist ja in deiner Jobbeschreibung. Und das ist, finde ich, die spannende Frage, wo wir wirklich hin müssen, weil da sind wirklich beide verantwortlich. Da ist die Führungskraft bzw. im ganzen Heilungprozess ist es notwendig zu sagen, in der Arbeit, in der Jobbeschreibung, in der Stelle sind ganz, ganz genau, so genau es geht, seien wir uns ehrlich, ja, so genau es geht, das wird nicht super genau funktionieren, aber du musst sagen können, diese drei Punkte werden dort notwendig sein. Das heißt, du musst das auch im Heilungprozess kommunizieren können, worum es gehen wird. Das heißt, du kannst dich dann nicht wundern, wenn du das nicht kommunizierst und du stellst eine Person ein, die das vielleicht nicht möchte oder nicht kann, dass die Person dann nicht gut ist. Und gleichzeitig, und da ist wieder diese Verantwortung auf der anderen Seite, man muss dann eben als prospektive Mitarbeiter in einem Bewehrungsgespräch, muss man ja sehr wohl auch in ein Bewehrungsgespräch gehen und seine Stärken und Schwächen sagen können und sich dessen bewusst sein. Und dann auch, und das ist wieder das Schöne dann, man kann dann auch spezifischer nachfragen, ja, aber was heißt denn diese Jobbeschreibung genau? Es steht ein Satz drin mit organisatorischen Aufgaben. Okay, was heißt das genau? Weil ich möchte mich ja darauf anpassen, vielleicht bin ich nicht geeignet für die Arbeit und dann werden wir beide unglücklich, wenn wir uns entscheiden, quasi zusammenzuarbeiten, anstatt dass beide sagen würden, okay, wir suchen jemanden, der das Spezielle mehr macht und ich sage, ja, okay, das ist nicht mein Interessensgebiet, naja, danke, dann kann sich der Prozess weiterbewegen. Und das ist super wichtig, diesen Heilungprozess, wollte ich nur nochmal herausheben.